Der erste Verhandlungstag im Mordprozess gegen Ali Bashar vor der Schwurgerichtskammer des Wiesbadener Landgerichts fand am Dienstagnachmittag ein vorzeitiges Ende. Denn kurz nach der Mittagspause sah sich der 22-Jährige nach eigener Schilderung nicht mehr in der Lage, Fragen des Gerichts zu beantworten oder selbst weitere Vorgänge zu schildern, so dass die Kammer diesen Prozestag beendet hat und er wird am kommenden Montag um 9.30 Uhr fortgesetzt. Was haben wir am ersten Prozestag erlebt? Wir haben einen jungen Mann erlebt, der eher bruchstückhaft seine Biografie geschildert hat. Einen jungen Mann, der auch nicht schildern konnte, warum die Familie im Oktober 2015 nach Deutschland aufgebrochen ist und dann später hier einen Asylantrag gestellt hat. Man möge zu dem Grund der Flucht seine Mutter fragen, die könne das besser beantworten. Geschildert hat er, dass er die fünf Klassen der Schule besucht hat, dass er zwei Klassen wiederholt hat, dass er mit der Schule, wie er es sagt, keine Probleme gehabt haben soll, dass er keine Ausbildung gemacht hat, dass er stattdessen Tee und Kaffee zubereitet hat für die Beamten der nahen Grenzstation. Kein Leben, das ihm irgendwie in seiner Heimatstadt im Norden des Irak eine Perspektive geboten hätte. Geschildert hat er dann später, wie sich aus seiner Sicht der 22. und dann die Nacht zum 23. Mai 2018 zugetragen haben soll. Da hat er laut Anklage die 14 Jahre alte Schülerin Susanna in einem Feld bei Erbenheim vergewaltigt und dann später ermordet. Für die Staatsanwaltschaft stellt sich das so dar, dass er mit dem Mord die zuvor verübte Vergewaltigung habe verdecken wollen. Ali Bashar bestreitet nach wie vor, dass er das Mädchen vergewaltigt hat. Er schildert, dass es zu einem einvernehmlichen Geschlechtsverkehr gekommen sei, was sich kaum jemand, der Susanna gekannt hat, in irgendeiner Weise vorstellen kann. Geschildert hat er auch, dass er bereits am nächsten Mittag seiner Freundin davon berichtet habe, dass er etwas furchtbar Schlimmes getan habe. Sie hätte ihn ausgelacht, als er ihr dann später geschildert habe, dass er einen Menschen getötet habe. Später will er einem, wie er sagt, arabischen Freund auch geschildert haben, dass er getötet hat. Und später noch seinem Freund Mansur, mit dem er kommende Woche sich vor der Jugendstrafkammer des Landgerichts Wiesbaden wegen mehrfacher Vergewaltigung einer Elfjährigen zu verantworten haben wird. Untertitelung des ZDF für funk, 2017